So, das ist jetzt Morro de Jablé von oben. Hotel Villa del Mar. Top mit Fitnessraum, mit Jacuzzi, mit Blick aufs Meer. Also alles perfekt hier. Da ist das kleine Dorf Morro, der Marktplatz da hinten, die Tabak-Kneipen. Laila, das Spezialfisch-Restaurant und die Anlage ist einfach nur schön hier. Jacuzzi, riesige Zimmer hier, alles bestens. Schöner Fitnessraum, ein bisschen mager, aber ansonsten alles perfekt hier. Und riesige Zimmer, also Wohnzimmer, Schlafzimmer, Bad, sehr, sehr groß alles.